Ich habe hier eine schöne Lammkeule. Wollte ich euch zeigen, wie man die richtig schneidet. Sie schneiden gegen die Faser. Dann könnt ihr die halbieren. Die ist ohne Knochen. So, das ist die Faser. Jetzt schneide ich gegen die Faser. So umdrehen. Und dann kann man in Scheiben schneiden. Dann habt ihr so schöne Lammscheiben von der Keule. Man kann die Keule reinschieben in den Ofen oder man kann sie in Scheiben schneiden. Ich schneide die so in Scheiben. Dann mache ich hier wie Osuboku von Kalb, aber ich mache das von Lamm. So sieht das aus. Und das ist die gleiche nochmal von hier. Aber schön Lammscheiben. Man kann auch schneiden für Gulasch, für Lammcurry, für alles mögliche. Wollte ich euch mal das hier zeigen. und hoffe, dass euch das gefällt. Und so sieht das aus. Vielen Dank vor zu schauen und bis zum nächsten Video. Alles Gute, vielen Dank, danke.